Und dann? Einmal umdrehen. So, so. Oh, ne? Andersrum. Nee. Nee, das kann nicht sein. Ihr, das verletzt sich nicht. So? So? Ja? So? Genau, genau. Mach doch mal. Nee, der hat das eine Handgelenk schon vorher hoch. Der hat das eine Handgelenk schon reißig. Bei mir auf dem Wasser wollte ich mich da stützen. Nee, das ist... Aber dann kannst du immer durchdrecken. Mach immer so. Einmal so.